Da sein. Sollte er. Jetzt kommen die anderen Wagen. Lasko ist nicht dabei. Soeben hat nicht die Meldung, Lasko ist in der Kurve aus der Bahn getragen worden. Ich will wohl hoffen, dass dem typatischen Fahrer auf dem Herbst geschehen ist. Ihr Warnpakt, Dr. Megeli wird in die... Ich muss zu ihm. Oh, bitte, 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 lass mich doch. Ich finde, das geht nicht. Wir können jetzt nicht. Nun, da drehe ich dich nur noch... Ich kann aber nicht warten. Ich muss jetzt wissen, was mit ihm geschehen ist. Bitte, bitte, lass mich doch. Achtung, wir erfahren soeben, dass die Verletzungen von Sinti Lasko glücklicherweise nicht lebensgefährlich sind. Der ist bereits auf dem Weg in die Klinik von Dr. Friedrich. Unsere besten Wünsche... Nun, Herr Lasko, in ein paar Tagen sind Sie wieder auf dem Damm. Was hast du denn? Nichts, bisschen erkältet. Und ich bin schuld dran. Es ist Besuch da. Besuch? Bis zum nächsten Mal.